Herzlich willkommen zu diesem kleinen Auslosungsvideo. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, wann verloste endlich diese Shiny Chiefs Car Sense die Autodüfte und jetzt ist es endlich soweit. Ich hatte ein bisschen Stress in den letzten Tagen mit den Waschanschuhen, war natürlich eine jede Menge Arbeit zum Schneiden, zum Testen und so weiter, aber jetzt ist es endlich soweit und lasst uns direkt loslegen. Ihr konntet ja unter das Testvideo eure zwei Lieblingsdüfte schreiben und ich habe hier mal die zwei Düfte noch versteckt, damit es noch ein bisschen spannend bleibt. Der erste Gewinner hat sich hier Neuwagen, Duft und Bubblegum gewünscht und derjenige springt vielleicht schon gerade an die Decke. Es ist der Michael Schneider. Ich schaue nochmal auf meinen Zettel. Der Michael Schneider, herzlichen Glückwunsch. Ich blende dich hier oben nochmal ein und die zwei Düfte sind jetzt in den nächsten Tagen auf dem Weg zu dir nach Hause. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite Gewinner hat sich hier den Lavendelduft und das Refresh gewünscht und dann möchte ich natürlich ihn nicht länger auf die Folter spannen. Ratchet Live ist der zweite Gewinner. Ich blende es hier oben nochmal ein. Herzlichen Glückwunsch. Die kommen natürlich in den nächsten Tagen direkt zu euch nach Hause und erstmal herzlichen Glückwunsch an euch beide, alle anderen Leute. Es gibt noch jede Menge andere Gewinnspiele. Wir knacken bald die tausend Abonnenten und da haue ich was richtig Schönes raus hier für euch. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Das war wie gesagt nur das kleine Auslösung- und Bekanntmachungsvideo hier sozusagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag, eine schöne Arbeitswoche. Ich hoffe, ihr habt keinen Stress auf Arbeit. Und dann, Leute, haut rein, lasst ein Abo da, lasst wie immer einen Daumen da und ciao.